stone limestone machen wir die limestone und bedrock auch mal hier rein canyon floor hier rein und sandstone hier rein und woodwall hier rein dreck dann machen wir erstmal alle würfel hier rein da müssen wir mal gucken wie wir wolle machen können also den blauen teppich der müsste jetzt unten fertig sein collect all teleporter klingt geil klingt richtig geil fuel nehmen wir einfach die wie viele kommen wir jetzt hier machen ah 2 ok 2 ist immer größer als gar kein was macht ihr mein gott mit der maus ist sehr schlecht schlimm so die fertigen nehmen wir schon mal mit die fünfe und dann gucken wir mal crafting so teleporter das ist das ist richtig geil das heißt wenn wir obsidian slabs haben können wir uns einen zweiten teleporter bauen den können wir dann in eine zweite hütte bauen und dann bäähm freunde können wir von hütte zu hütte transportieren teleportieren used to mark locations ok ja das ist natürlich doof der extraktor das ist ein bisschen zu zu wenig eigentlich muss ich mal ganz ehrlich sagen äh ich möchte gerne haben da ist ein blauer teppich ach da habe ich alles und blaue farbe habe ich auch die liegt nur oben in in der kiste und dann können wir uns ja auch schon tatsächlich so eine frühstückshütte bauen nö was ist das hier furniture architect chest used to store items brauchen wir nicht wood fence wood leather eine leiter wäre natürlich auch cool statt der fetten treppe aber ich finde die treppe eigentlich irgendwie cooler wood table und hier ist thatched roof also dach wood stairs dach aber da müsste man vielleicht mal ein von craften und können dann ein holzdach machen und wenn wir den von jetzt noch mal ein craften können wir steindächer machen klingt gut war jetzt also im prinzip nur collect all ich brauch mal was was länger brennt ich will ja nur zwei stück raus naja egal ich werde nochmal wahnsinnig mit dieser scheiß maus in dem moment immer immer wenn ich von auf back gehe rutscht der nach unten ich möchte haben was kann man hier aus machen obsidian rod und obsidian slab cool ich möchte aber erstmal yellow pigment haben so und dann blauer teppich hier unten und zwar brauchen wir da unten erstmal steine steine haben wir doch noch im im winter oder stein ja so haha sechs nö damit unsere hütte ja auch auf einem guten fundament steht und zwar aus stein und jetzt brauchen wir quasi eins zwei drei vier teppiche einen habe ich glaube ich noch bei ne den ich mal hier raus geklaut hatte letztens so also brauchen drei stück blaue farbe oh haben sogar acht von himmel her gott ich brauche aber nur drei kraften bringt genau acht dann aber ich brauche shredded leaves jetzt habe ich wahrscheinlich alles in die schredded leaves krieg vier stück raus brauche mach mal einfach so dann ist es weg und gut ist was sagt die schmiede schon wieder alles abgebrannt hier so fuel zwei von vier haben wir hier nochmal ach geht nicht ist noch nicht stark genug zwei von zwei kriegen wir einen zumindest schon mal raus hier haben wir das jetzt alles und gehen dann hin und machen uns jetzt erstmal in den Teppich damit die Bude hier fertig ist ähm craften blaue wand nein blauer Teppich ja einmal macht direkt acht stück hm hm obsidian brick wall used to build you stacked up this incredibly valuable resource to shield yourself from the terrors of the outside world do you feel good about yourself huh glob of goo ein glob of goo mhm limestone wall bedrock wall also ist schon cool hier die schwarzen gefallen mir Asphalt fossil brauchen wir dafür Kohle und glob of goo ich weiß nicht was glob of goo ist den können wir auch nicht craften bringen wir mal ins Inventar setzen uns die hier hin und sagen zack zack und zack yeah wir haben blauen Boden hier unten im ersten Wohnraum und ich glaube hier oben bauen wir dann weiter und zwar möchte ich hier glaube ich dann nach draußen wieder guten Tag äh wir haben da oben ja diesen geilen machen wir das jetzt stopp wie machen wir das denn jetzt lassen wir hier setzen hier einen zweiten Raum dran oder zumindest ne wir machen den hier weg ich muss mal eben auf die auf die Holzdingens sonst machen wir uns die Steine hier kaputt da haben wir schon wieder einen 34 8 so damit kriegen wir zumindest mal wieder 4 das ist grad so ein bisschen nervig Leute dann gehen wir jetzt nach oben und ich möchte gerne craften und zwar am liebsten was das? Woodburning lamp und prevent creature spawning das ist ja schon cool aber ich möchte lieber diese Tür hier das Downslap brauche ich dafür hier haben wir hier unser komisches Teil hier unser Prozessor machen wir uns mal 4 davon ich möchte gerne Steintür haben für da unten so jetzt haben wir die der ist schon wieder abgebrannt nein noch nicht ganz da waren wir jetzt nicht dann craften wir uns erstmal die Steintür hm eine und zack haben wir eine Obsidian Tür ich frag mich ja ein komplettes Haus aus Obsidian ob das wohl aussieht und jetzt machen wir uns die da hin Inventar müsste flop dann sagen wir 6 und platzieren eine Steintür gefällt mir wesentlich besser wir werden jetzt auch nach und nach dann glaube ich anfangen das ganze als aus Stein zu bauen ähm E für Inventar und so machen wir erstmal weil es ja offen bleibt hier die Holztür hin ach hier haben wir schon Glas stopp ich hab doch hier auch irgendwo Sand oder nicht hab ich nicht irgendwo Sand gehabt Crackwoods Zeppling und die blaue Farbe da wieder rein die hier rein, die da rein die da rein irgendwie hab ich das Gefühl ich hab noch keinerlei ok so den nehmen wir mit den Sandstone da müssen wir gleich mal gucken ob wir den verarbeitet kriegen die nehmen wir auch wieder alle mit ne Sandstone kriegen wir nicht Obsidian, oh ich brauche irgendwas was länger brennt hier Kohle aber Kohle ist so teuer ne die brauchen wir jetzt gleich zum bauen das können wir nicht machen hier können wir auch nix mit dem Sandstone anfangen das können wir hier machen Obsidian Slap und Obsidian Rod das lassen wir auch erstmal ich weiß noch nicht was ich damit machen möchte mit dem Obsidian und zwar setzen wir das jetzt dann auch erstmal hier mit rein das und was das Stein ist Stein, Stein wir haben hier Stein und Magnetit da können wir aber glaube ich noch nichts mit machen hm could be useful in toolcraft found in shallower caves packen wir das erstmal alles hier rein die auch das Leder, das, das, das das, das Container ist voll wir machen hier das auch erstmal alles weg hier das und Schießpulver Schießpulver und die auch und zwar dann craften wir uns noch ne Kiste wo haben wir sie ne steinige oder ne holzige ne holzige haben wir irgendwo woodslaps nein wir machen auch keine holzige sondern gehen jetzt auf die 3 und sagen erstmal place place ups das war ein zu hoch zack und zack und haben hier erstmal einen Ausgang haha dann machen wir uns hier so ne kleine Terrasse hin und brauchen dann quasi ne Treppe ich möchte da oben dran kommen so was brauchen wir denn für die Holztreppe oder Steintreppe Wachs und Staunschlepp und hier brauchen wir Woodschlepps mhm also was sagt uns das zack wir brauchen wir brauchen Woodschlepps sagen wir erstmal so 10 Stück das warten wir jetzt mal eben schnell ab ja lalala 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 Ich weiß gerade echt nicht, was ich euch erzählen soll, Freunde. Das ist gerade so ein bisschen blöde. Ich weiß nicht, also... Im Moment ist gerade echt so ein bisschen so ein Tiefpunkt erreicht. Ich weiß gerade nicht, was ich euch erzählen soll, während wir hier warten. Im Prinzip ist hier auch alles immer das gleiche. Zu sagen, hier machen wir das, hier machen wir das, hier machen wir das. Jetzt gehen wir wieder raus auf unsere Terrasse. Dann möchte ich hier, glaube ich, einen Zaun haben und dann da hoch. Aber jetzt gucken wir erstmal, und zwar Kuh. Craften wir uns das hier. Machen wir ruhig mal acht. Inventar, da sind die. So, wenn ich jetzt da dran... Ah, cool, das geht super. Ist das schick. Ist das schick, Freunde. Es ging beim ersten Mal sofort auf. Die Treppe passt. Richtig, richtig edel. Inventar, da sonst. Und da sind die. So, ich hoffe, ich habe jetzt... Inventar, ich hoffe, das alles... Ich freue mich dann bei dem Lamentarzt. Ich freue mich noch nicht. Ich freue mich noch nicht. Und dann geht mich in der Nähe von der Gesundheit. Beенноer Herr, ehrlich zu vocês da links ja, Ich freue mich auch keine S wochen quê Francis hat mir kommt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.